Hallo zusammen, hier ist wieder euer Sascha mit der Shima, alias die Beinexpertin hier. Mehr als ich, deswegen rede ich und sie führt vor. Heute zeigen wir euch eine der effektivsten Beinübungen schlechthin, auch im Studio. Aber das Tolle daran ist, das könnt ihr auch genauso gut zu Hause machen. Alles, was ihr braucht, sind nur kleine Gewichte. Viele von euch werden nicht mal Gewichte brauchen, denn glaubt mir, das haut auch so rein. Gerade die Herren der Schöpfung da draußen, die haben meistens da solche Schwächen vorzuweisen, dass es ohne Gewicht auch ausreicht. Aber das zieht ganz schön rein. Vor allem meistens auf den hinteren Teil der Beine, aber es geht vor allem auf den kompletten Beinmuskulatur. Ausfallschritte kennt ihr vielleicht. Die meisten machen die auf die Stelle, indem sie nach vorne gehen und wieder nach hinten. Und dann das andere Bein benutzen und wieder nach hinten. Das Ganze kann man auch machen, indem man nach vorne geht und dann eine Strecke läuft. Das ist meistens die effektivere Variante. Warum? Weil ich nur über ein Bein die ganze Kraft hole und hochgehe. Ich gehe nach vorne und das hintere sollte möglichst nur noch zur Stütze sein. Nur noch für das Gleichgewicht. Und ich mache beinahe eine einbeinige Kniebeuge von hier an. Das sieht man vor allem dann und kann sich so selbst das merken, wenn ich nach vorne gehe und das hintere Bein auf den Zehenspitzen nur nachziehe und über den Boden schleife. Dann kann ich mich da nicht besonders darauf stützen. Wenn ihr etwas macht, was in der Körpermitte bereits hochgeht und ihr nehmt die Kraft auch noch mit aus dem anderen Bein, ist das weniger der Fall. Das Schöne ist, ihr könnt es trotzdem variieren. Das eine ist nicht falsch und das andere ist nicht richtig. Es ist nur schwerer. Und je nachdem, wie fortgeschritten ihr seid, könnt ihr diese schwerere Methode dann nutzen. Shima ist extrem fortgeschritten. Deswegen geben wir ihr auch noch Handeln und nicht irgendwelche, sondern natürlich zwei. Und nicht irgendwelche, sondern zehn Kilo pro Seite. Ordentlich. Und jetzt zeigen wir euch, wie das Ganze dann aussieht. Egal, ob ihr dann irgendein anderes Gewicht habt, ihr könnt das auch auf den Rücken nehmen. Was auch immer ihr zu Hause habt, nehmt euch ein bisschen Gewicht, nehmt euch ein Kind links, ein Kind rechts und dann wandert los. So, nehmen die Kinder mal bitte in die Hand. Aufrecht hinstellen, Körperspannung ist ganz wichtig. Ihr wollt euch nichts am Rücken holen, auch nicht zu weit rumwackeln mit den Handeln. Haltet die stramm und dann gehen wir nach vorne mit dem ersten Bein. Weit nach vorne, hier hoch und dann in die Mitte stellen. Diesen Zwischenstritt machen wir auf jeden Fall. Gehen dann wieder nach vorne und wieder. Und noch einmal das Ganze nach vorne und wieder. Und jetzt drehen wir uns rum. Irgendwo geht es vielleicht nicht mehr weiter, so wie hier. Und dann das Gleiche wieder. Nach vorne, sie hält sehr gut Körperspannung. Die Handeln wackeln nicht viel rum. Nach vorne, ja, das Bein schön nachziehen. Die ganze Power kommt nur aus dem Oberschenkel. Wahnsinn, oder? Geht doch gut. Jetzt darfst du die Handeln auch ablegen. Hat sie zeitgleich auch ein bisschen was für ihren Nacken gemacht. Das Schöne ist, das ist eine Ganzkörperübung irgendwo auch, weil ihr natürlich die Handeln in der Hand haltet. Glaubt mir, ihr werdet monsterfit damit. Das Gleiche machen wir gleich noch mit ihr als Test. Einfach nur mit 30 Kilo pro Seite und guckt mal, wie sie sich schlägt. Bis dahin, schaut euch gerne die anderen Videos an, die wir gemacht haben. Wie man die Maschinen ersetzt. Ganz wichtig dabei, ihr könnt weiterhin mit hohen Gewichten trainieren und müsst nicht auf einmal zu Hause auf Aerobikkurse nur noch setzen. Wir zeigen jetzt ein wenig mehr für Beine und euren Hintern-Workout, den Gluteus. Mit eurer Lieblingsübungen, vor allem nehmen wir heute den hinteren Teil des Beins, des Beinbizeps, und zeigen euch da ein paar Übungen. Und dafür braucht ihr auch wieder nur ein Widerstandsband. Und zwar ein relativ leichtes, reicht schon. Und das sogar bei Profis in dieser Muskulatur. Wir zeigen euch jetzt, wie es geht. Und zunächst einmal eine Übung, die ihr sicherlich sehr gerne versucht zu übersetzen. Und das ist hauptsächlich eben, um den Gluteus zu trainieren. Das habt ihr auch an Isolationsmaschinen. Und das machen wir jetzt mit einem Widerstandsband. Bist du bereit dafür? Jawohl. Wir haben jetzt natürlich eine super Voraussetzung hier, weil wir diesen Cage haben. Da kann man das überall dran festmachen. Zu Hause müsst ihr ein bisschen improvisieren, aber ich wette, ihr findet was spätestens. Wenn ihr es unter einer Tür hindurch schiebt und dann an einer Tür festmacht, irgendwo werdet ihr etwas finden. Aber versucht nicht, eure Möbel zu verrücken. Wir haben jetzt hier diese Lücke gefunden. Und ich assistiere mal ein wenig. Rückwärts dazu aufstellen. Sie kann sich jetzt hier auch noch super festhalten. Wenn ihr euch irgendwo zusätzlich festhalten könnt, dann wäre das gut. Sollte das aber nicht möglich sein, müsst ihr es eben etwas weiter ausbalancieren. Aber spätestens, dass ihr euch vielleicht irgendwo auflehnen könnt, das wäre eine ganz gute Sache. Und dann etwas unter Spannung halten. Sie stellt sich jetzt idealerweise genau so hin, dass sie das schon unter Spannung hat, wenn sie ihr Bein einfach nur gerade nach unten zeigen lässt. Und dann nach hinten. Soweit es geht, halten. Nicht wieder schnacken lassen. Und dann langsam nach vorne. Wieder nach hinten. Maximal anspannen. Auch hier rücken durch. Das ist ganz gut. So soll es sein. Eine stabile Haltung. Und wieder zurück. Anspannen. Und wieder zurück. Und das machen wir dann so oft es geht. Wenn ihr das 10, 12, 13, 14 Mal schafft, könnt ihr auch ganz gerne ein stärkeres Widerstandsband nehmen. Und habt dann ein bisschen mehr Power dahinter. Klappt aber so ganz gut, ja? Ja. Das ist eine Variante. Diesmal geht es ein wenig mehr auf den Beinbizeps. Den hinteren Anteil eures Beins. Und wir werden austreten. Ja. Im Prinzip wirklich wie ein Pferd, das nach hinten hin austritt. Und das machen wir wieder mit einem Widerstandsband. Ein relativ leichtes haben wir dafür gewählt. Wird trotzdem eine ziemlich harte Übung sein. Und das werdet ihr gleich merken. Selbst bei einem Profi, der diese Übung normalerweise an den Geräten gut beherrscht. Und damit könnt ihr komplett ein Gerät ersetzen. Also. Wir schauen uns das Ganze mal an. Am besten ihr habt irgendetwas, wo ihr das natürlich dran festmachen könnt. Wir haben jetzt hier dieses Gitter. Und da können wir es natürlich überall dran festmachen. Das ist ein ziemlicher Luxus. Zu Hause müsst ihr ein bisschen improvisieren. Guckt mal, wo ihr es dran festmachen könnt. Ob es jetzt eine Heizung ist. Aber bitte nicht rausreißen. Oder ob es jetzt irgendwo unter einer Tür hindurch ist. Schaut einfach mal, wo ihr es festmachen könnt. Und am besten irgendwo, wo ihr euch auch noch aufstützen und festhalten könnt. Das werdet ihr gleich sehen, wie Schima das macht. So. Ich assistiere mal ein bisschen. Wir machen es hier unten fest. Und jetzt seht ihr. Sie geht mit der Fußsohle rein. Das heißt mit der Fußsohle dran. Und diesmal nicht um das Gelenk herum. Das heißt, ihr müsst auch die Spannung halten und es auch gerade halten. Denn wenn sie das jetzt abflacht, dann schnackt das natürlich zurück. Und jetzt geht's los. Rücken gerade dabei und nach hinten austreten. Soweit es geht bis zur Streckung. Ja. Und wieder zurück. Langsam immer zurück. Strecken. Halten. Und langsam zurück. Strecken. Nach hinten. Richtig nach hinten. Genau. Und langsam zurück. Ihr seht, das ist recht wackelig, obwohl sie eine starke Muskulatur hat. Das liegt daran, dass ganz viele kleine Hilfsmuskeln aktiviert werden, weil das natürlich nicht ein fester Widerstand ist wie sonst an den Geräten. Das ist aber etwa kein Nachteil, sondern ein Riesenvorteil. Denn ihr werdet Muskeln ausbilden, die sonst nicht aktiviert werden und kommt vielleicht sogar, wenn ihr wieder ins Studio könnt, stärker zurück. Also kann ich nur empfehlen, das immer wieder mal zwischendurch einzustreuen. Macht auch noch Spaß. Und wenn ihr da mehr als 15 Wiederholungen macht, könnt ihr natürlich auch ein stärkeres Widerstandsband benutzen. Und heute machen wir wieder genau was in diesem Bereich. Und zwar Abduktoren. Die Abduktoren befinden sich außen am Bein. Und das kennt ihr. Es gibt ein paar Maschinen, in denen ihr die nach außen drückt. Und diese ersetzen wir jetzt. Und zwar nur mit einem Widerstandsband. Dafür reicht ein relativ leichtes. Das hier ist kein besonders schweres. Und damit drückt ihr das Ganze einfach nur nach außen. Gewusst wie? Ihr braucht jetzt natürlich etwas, um das festzumachen. Wir haben hier die besten Voraussetzungen, weil wir das hier überall an diesem Gitter festmachen können. Zu Hause müsst ihr ein wenig improvisieren. Heißt, macht es entweder unter einer Tür hindurch oder irgendwo an den Tisch. Verrückt aber möglichst nicht zu viel eure Möbel. Und dann geht das Ganze auch. Wir zeigen jetzt mal, wie das Ganze funktioniert. Und ihr werdet sehen, da ist eine ganz eigene Herausforderung hinter, die man mit den Maschinen gar nicht hinbekommt. Und das ist das Tolle daran. Es ist nicht nur ein rein kompensatives Training. Sondern das könnt ihr auch in Zukunft in euren Plänen mit einbauen. Und wenn ihr zurückkommt, wieder ins Gym dürft, wieder ins Five Star Fitness dürft, dann seid ihr vielleicht sogar stärker. Ihr werdet sehen, warum. Ich mache es jetzt mal hier unten fest und assistiere ein wenig seitlich mit dem Bein rein. Und zwar mit dem Bein, das eben von dem Band weg zeigt. Mit dem rechten Bein, wenn ihr so rumsteht. Mit dem linken später, wenn ihr dann andersrum steht. Das Ganze geht vorne rum, das andere Bein steht hinten. Und dann stellt ihr euch so gerade hin, dass das unter Spannung ist, wenn ihr das Bein einfach nur gerade runterzeigen lasst. Und jetzt nach außen führen, soweit es geht. Ja, da wird es richtig schwer. Und langsam zurück. Nach außen, die Spitzenkontraktion halten. Und langsam zurück. Und wieder nach außen, halten, langsam zurück. Ihr müsst eine starke Körperspannung beibehalten. Also nicht irgendwie eingebückelt stehen, sondern wirklich Körperspannung nach außen und richtig im Hintern spüren und in den seitlichen Beinen. Und ihr seht, da kommt das sogar leicht zum Zittern hier. Das liegt daran, dass das nun mal ein Gummiband ist und dass das nicht so fest ist wie eine Maschine. Damit werden eine ganze Menge Hilfsmuskeln aktiviert. Und wenn ihr diese Hilfsmuskeln ausprägt, kann es sein, dass ihr sogar stärker zurückkommt. Und dann an den Maschinen so richtig was losmacht. Das Ganze macht ihr dann natürlich auch andersrum. Und es gibt eine kleine Variation, die ihr machen könnt. Schaut einfach mal, was euch besser tut. Normalerweise kann man so gut starten. Jetzt machen wir das einfach mal hinten rum. Das hier ist ein Standbein. Einmal nach vorne. Und hier rein der Nau. Und jetzt daran ziehen. Es kann sein, dass sich das für manche von euch besser anfühlt. Schaut einfach mal, beide Variationen reinbringen. Wieder hoch in die Spitzenkontraktion halten. Ja, das ist ordentlich schwer. Nehmt euch ruhig ein leichteres Band dafür. Danke sehr. Ich hoffe, der Tipp hat euch gefallen. Wir finden noch eine ganze Menge mehr Tipps hier. Schaut euch mal um, wie ihr die Geräte ersetzen könnt, solange ihr sie ersetzen müsst. Schaut euch mal um, wie ihr siehst. worship Leute� steht euch da. Untertitelung des ZDF, 2020